Hi, ich bin Blockstar. Hm, hast du dich auch schon mal gefragt, ob Flugzeuge aus dem Zweiten Weltkrieg nur Kobi bauen kann? Richtig, die Chinesen können das auch. Hier bauen wir heute das Sembo-Blockset 101037, 559 Teile, die Junkers U88, Deutschlands meistgebauten Bomben beim Zweiten Weltkrieg. So, jetzt Tüte aufreißen. Viel Spaß hier in der Noppenkötzenschweine. Da haben wir den Inhalt. Die Anleitung, eine Stickerbogen und drei Tüten nach Bauabschnitten gegliedert. Steine sehen ganz gut aus, zum Inhalt kommen wir gleich. Das hier geht gar nicht. Ich mag es bei Lego nicht, ich mag es bei Kobi nicht, ich mag Aufkleber generell nirgendwo. Das war sehr günstig, 18,88 Euro. Was ich ganz lustig finde, wie gesagt, wegen der U88. Aber Aufkleber, die über mehrere Fliesen gehen, will ich nicht. Ich lasse die Aufkleber weg und so Rost, Aufkleber und vor allen Dingen vier geteilte Balkenkreuze gehen auch gar nicht. Das kicke ich nur krumm und schief drauf und das will ich nicht. Ich schaue, ob ich bei meinen World of Tank von Kobi Sets einen Aufkleberbogen mir abziehen kann. Denn da sind immer die gleichen dabei und da gibt es verschiedene Streifen und die Balkenkreuze. Mal schauen, ob sie passen. Wahrscheinlich nicht, aber ich werde es mal probieren. Und wenn nicht, seht ihr das Head einfach gleich ohne Aufkleber. Der Head der Steine macht sie auch immer ohne Aufkleber und ich finde halt, ja, A sind sie hier verknickt und B gehen über mehrere Fliesen und so Rost, das muss nicht sein. Seht ihr auf der Anleitung, da könnt ihr es euch angucken, wie es ausschaut. Aber ich brauche das nicht. Hier die Rückseite und das ist übrigens auch nochmal so, das Feature dieses Head kommt nicht mit einem Piloten, sondern mit einem Wachturm und mehreren Lanzern. Und leider sind diese Lanzer chinesische Dänen. Also Minifiguren, die aussehen wie von Lego. Finde ich nicht gut, habe ich nicht gewusst. Tja, ich hatte es im letzten Video schon gesagt, das ist geistiger Diebstahl und ich mag diese Figuren an sich zwar, aber ich kaufe sie mir dann halt custom gemacht, also Handmade, also getunt aus richtigen Lego-Figuren. Habe ich ja auch im Video von Leopard 2 zum Beispiel, da seht ihr das. Aber gefälscht mag ich gar nicht. Aber, ja, was soll ich machen? War, wie gesagt, mal wieder keine Absicht. Hier seht ihr nochmal die Anleitung, ich habe es ja gerade schon gezeigt, von 6 bis 12 und jetzt kommt's, habe ich vergessen zu sagen, unten in der Ecke, hier, um genau zu sein, da seht ihr ein Sonder-KFZ, ein Halbkettenfahrzeug, die 10-13-21 und die hat statt wie hier ein Wachturm ein baubares Hakenkreuz. Und da fällt mir gar nichts zu ein. Ich weiß, eine deutsche Sicht auf das Set, es kommt aus China, ich habe es importiert, aber, ja, ich mag keine Hakenkreuze. Gut, ich reiße jetzt mal die Tüten auf und dann fangen wir an mit dem Bauaufschnitt 1. Wie gesagt, Bauaufschnitte sind immer rot gekennzeichnet. Hier seht ihr das Rote. Das sind immer die Steine, die man dann setzen muss. Ich bin gespannt. Das ist mein erstes Set von Sembo. Generell, ich mag die U88 sehr gerne. Ich zeige sie euch auch mal. Denn so solltet ihr eigentlich ausschauen. Hups, das war Wikipedia. So solltet ihr ausschauen. Ja, Ähnlichkeit ist schon mal da. Zwei Motoren, Balkenkreuze. Ne, Spaß beiseite. Ich mag das jetzt sehr gerne. Es ist Deutschlands meistgebauter mittelschwerer Bomber. Über 14.000 Stück wurden gebaut in verschiedenen Varianten und habe ich von Kubi eigentlich ein bisschen vermisst. Deswegen wollte ich dieses Sembo-Set haben. So, genug gefaselt, Tüten aufreißen und dann bauen wir das Set. Hey Freunde, ihr habt es vielleicht im letzten Video schon mitbekommen. Ich habe mir jetzt vorgenommen, meine Geschichten, meine technischen Hintergründe, ja, und meine Geschichten rund um die Sets, die ich ja vorstelle, in diese Speed Build Parts zu packen. Nicht jeder mag Speed Builds und mit der Musik ist auch immer so eine Geschichte, dass es auch immer schwierig ist, den richtigen Nerv zu treffen. Und deswegen dachte ich mir, hey, du hast doch diese, ja, tote Zeit, dann pack sie doch in diese Speed Build Parts und in den Parts dazwischen kannst du das Set vorstellen. So habe ich halt wirklich zwei Sachen, die mir wichtig sind. Ich kann halt einmal auf das Klemmbaustein-Set eingehen und kann halt die Geschichte hinter diesem Set, hinter diesem Modell, hinter diesem Gebäude, was auch immer erzählen. Und bei der U88 ist mir besonders wichtig und deswegen habe ich das aufgeteilt. Ich erzähle euch jetzt ein bisschen was zu den Speed Builds und danach folgen noch ein Part 2 und ein Part 3. Und in dem Part 2 erzähle ich allgemeinige Dinge über die U88 und in dem Part 3 erzähle ich die Entwicklung. Also nicht wundern, wenn sich in Part 3 vielleicht ein bisschen aus Part 2 wiederholt, aber es ist nun mal so. Und das ist übelst interessant, denn im Part 3, die Entwicklung, da sieht man mal, wie die Deutschen im Zweiten Weltkrieg halt wirklich, ja, mit ihren Charakteren, ihren Erfahrungen, ihren Vorlieben, ihren Neigungen, ihren, ja, Machtkämpfen, ihren Intrigen, auch so ein Projekt wie die U88 kaputt gemacht haben oder gefördert haben. Je nachdem, lasst euch überraschen, da wird ja gar nicht so viel erzählen. Also, nur damit ihr die Struktur versteht, deswegen dieser kleine Einführungstext. Und jetzt würde ich einfach noch viel Spaß bei dem Video wünschen und würde mich freuen, wenn wir uns am Ende wiedersehen. Bis dann, ciao! Ja, da bin ich mal mit was Untypischen, nämlich hier mit einer kleinen Besprechung des Bauabschlitt 1. Hiermit haben wir angefangen, mit dieser Hütte oder Wachtturm, da kann man eigentlich nichts gegen sagen. Ich finde es cool, ich habe jetzt hier solche, ja, sind dabei einige, drei, vier Ziegelsteinsteine, die ja original von Lego relativ teuer sind. Hier sehen wir übrigens ein paar Hände, die über sind, einen Teiltrenner und da kommen wir zum Rumpf und zur ersten Tragfläche. Zur Tragfläche muss ich sagen, schaut mal an, sie ist ein bisschen so, ja, sie kam so ein bisschen schmierig, möchte ich mal sagen. Aber die Klemmkraft ist gut und wir haben eine Tragfläche bis jetzt gebaut aus, ja, Klemmbausteinen. Also keine großen Formteile, sondern alles aus Teilen, die man kennt aus dem, jetzt nenne ich es mal, Klemmbaustein-Fahrzeugbau oder, ja, Schiffbau oder wie auch immer. Also sehr gut, die Klemmkraft ist sowieso, ja, außergewöhnlich gut, außer hier bei den Figuren, die teilweise auseinanderfallen oder sehr, sehr schwer zu gehen sind. Also er hier hat sehr schwer, man sieht es kaum, verstellbare Arme, aber die Hose fällt fast ab. Das ist bei den Kopfbedeckungen das Gleiche. Diese ging ganz leicht ab und jetzt hier beim Piloten, den ich übrigens übelst cool finde und dafür lohnt sich das Set für mich schon, also ein großer Pluspunkt, dieser Pilot, auch wenn, ja, ich weiß, eine geklaute Lego-Minifigur, aber den Pilotendruck hier finde ich gut. Wir sehen auch hier, die Hosen sind alle bedruckt, ups, jetzt fällt er mir runter, fällt wieder die Hose leicht ab. Dafür kriege ich hier das Schiffchen ganz, ganz schwer ab. Das zieht sich also durch die Bank durch, Hosen gehen immer leicht ab, äh, beziehungsweise Kopfbedeckung. Hier klemmt die Hose wieder gut, ich zeige es euch noch mal, drucke auf der Hose, Uniform und sogar die Rückseite ist bedruckt. Also dafür, dass es verbotene Minifiguren muss man aber mal sagen, sehr gut, sogar hier das Splintertan, so heißt es, auf den Ärmeln. Also habe ich Glück, im Unglück oder Pech im Glück oder wie auch immer, habe ich diese illegalen Figuren, aber in einer sehr, sehr guten Qualität, ähm, ja, bin ich trotzdem hin- und hergerissen. Also, das viel zu viel Figuren, Tragfläche haben wir schon gesagt, das ist sehr gut. Und kommen wir hier zum Rumpf. Auch sehr gut geworden, hier der Druck, man muss auch sagen, das Glas, ihr seht es, das ist für China-Verhältnisse sehr, sehr gut, also richtig gut geworden. Hier sieht man das Cockpit schon mal ein bisschen. Also, ja, man sieht, dass in dieser Junkers nicht die Mann reinpassen, die eigentlich rein sollten. Aber bis jetzt wirklich sehr gut geworden. Die Farbe finde ich wirklich gut. Ähm, man sieht, die Steine haben so ein bisschen ein Schmierfilm irgendwie, aber sonst sehen sie halt nicht so aus wie es bei Handschei, als wenn sie schon mal genutzt gewesen wären. Ähm, also richtig gut. Ja, jetzt, es macht also Freude, also ein bisschen Schatten und, ja, viel Licht, wenn man mal das, das Illegale hier wegnimmt. Und jetzt freue ich mich hier auf Bauabteil 2. Da liegt er. Und dann machen wir weiter. Und ja, schauen wir mal, was der Blocks daraus macht. Bei keiner anderen Luftwaffe wurde das Konzept des punktgenauen taktischen Bombeneinsatzes so konsequent verfolgt, wie bei der deutschen Luftwaffe des Dritten Reiches. Vorteile dieser Strategie erscheinen einleuchtend. Strategische Flächenbombe de Monks erfordern große, aufwendige Flugzeuge und einen enormen Materialansatz bei verhältnismäßig geringer Effizienz. Die Rüstungszahlen, die Lieferung an Waffen und Material sind 1944 und 1945 im Deutschen Reichs drastisch gestiegen im Vergleich zu den Vorjahren, bei gleichzeitig intensiver gewordenen Bombardierungen der alliierten Luftflotten. Der taktische Bombeneinsatz hingegen kann mit relativ wenig Material eine hohe Effektivität erreichen. Allerdings, und dies ist ein großer Nachteil, nur in einem eng umgrenzten Operationsgebiet. Die Blitztiegel kurz nach Kurzkriegsbeginn und die verlorene Luftschlacht um England haben gezeigt, was die deutsche Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg leisten konnte und was eben nicht. Die U-888 wurde zunächst als mittlere Horizontalbomber konzipiert. Der erste Prototyp flog am 23. September 1936. Dazu im späteren Verlauf dieses Videos mehr. Die Maschine wurde danach eblig modifiziert, um sie auch sturzkampffähig zu machen. Dies war eine der Konsequenzen der deutschen Strategie der taktischen Bombardierungen. Fast jeder deutsche Bomber in der damaligen Zeit musste sturzkampffähig sein. Die Serienproduktion der Junkers U-88 begann dann 1938. Die U-88 war als mittlerer Bomber ein großer Wurf und bewährte sich überall, wo sie als taktisches Kampfflugzeug eingesetzt wurde. Ob in den Wüsten Afrikas, am Nordkap, über den Atlantik oder in den weiten Russlands. Ihr Versagen als strategischer Bomber kann aber nicht auf konstruktive Mängel zurückgeführt werden, weil sie für einen derartigen Einsatz von vornherein nicht vorher gesehen war. Trotzdem wurde sie bis zum Kriegsende in großen Mengen hergestellt und für die verschiedensten Verwendungszwecke eingesetzt. Zum Beispiel als Bomber, Marinebomber, Panzerjäger, Fernaufkläger und auch besonders stark als Nachtjäger. Insgesamt wurden 14.882 Stück gebaut. So, da sind wir fertig mit unserem Bauabschnitt 2 und haben hier die Triebwerksgondeln oder ja, es sind eigentlich Triebwerksfahrwerksgondeln gebaut. Ups, da sieht man schon eine Schwäche, habe ich mir vorhin schon gedacht, sind natürlich bei China Bricks, ihr kennt es immer so ein bisschen, die Technikteile. Aber trotzdem finde ich es ganz gut gelöst hier mit dem Fahrwerk. Also man kann es einfahren, ausfahren. Es hat hier so ein Technikteil mit Grippen, verschwindet ganz gut. Alles aus Klemmbausteinen, keine großartigen Formteile, also keine großartigen Formteile, die man jetzt nicht kennt. Große Schwäche immer noch hier ein bisschen diese Schmierigkeit der Fliesen oder der Steine generell. Trotzdem wirken die Steine jetzt nicht alt, auch wenn es jetzt hier so aussieht. Sie glänzen trotzdem sind nicht so doll zerkratzt. Es ist eher halt, wie gesagt, dieser Schmierfilm, der da drauf ist. Hat aber Spaß gemacht. Ich muss echt sagen, wirklich für 18,99 bis jetzt ein Riesen-Set. Es macht mir übel Spaß, es zu bauen. Es geht flüssig von Hand, es geht sogar schnell. Dieses Gimmick hier mit dem Fahrwerk, da freue ich mich schon richtig drauf. Auch wenn jetzt hier die Technikteile, wie gesagt, ein Pins aus dem Original-Lego-Sortiment austauschen. Aber bis jetzt macht mir das richtig Spaß, wenn ich mir überlege, auf Schnitt 3 wird es ja irgendwie hier so hinkommen, wird es auch kein kleines Teil. Und ja, das sieht echt gut aus. Also es macht mir Spaß. Für alle, die vielleicht Mox bauen oder Mods, hier hat man viel dieses Grün, ich weiß leider die Farbe nicht, also Olivgrün, so und so, keine Ahnung. Viele Fliesen, viele Steine, viele, ja, diese, ich weiß gar nicht, wie sie heißen, aber ihr kennt sie, diese Bootelemente, nenne ich sie jetzt mal. Viele Teils, also für 18,99, das ist ein super Teilespender, wenn man mal seinen Kobi-Panzer vielleicht tunen möchte oder sein Kobi-Flugzeug oder ein eigenes Set aus Kobi-Teilen plus diesen Teilen bauen möchte. Natürlich trotzdem für mich ikonisch die U88 und hier sehen wir schon, wie sie aussehen wird in Bauabschnitt 3 und da freue ich mich besonders drauf. Einzige kleine Manko noch, aber da kann das Set nicht so. Ihr habt es gesehen, ich habe leider eine meiner Katzen, die Minka, mit in die Scheune genommen und ja, die hat ein bisschen gecrasht hier. Aber naja, jetzt hat die Bauanleitung hier irgendwo ihre Tapsen drauf veredelt. Also wenn ich es mal verkaufe, Minka, hast du deinen Eindruck hinterlassen? Nicht Spaß bei der Seite. Bis jetzt macht mir das Set richtig Spaß. Manko noch die Figuren, habe ich ja vorhin schon erwähnt. Ich freue mich aber jetzt, die Tüte 3 aufzureißen. Ist nicht mehr viel, das mache ich jetzt und dann viel Spaß. Anfang 1935 wurde an die vier deutschen Flugzeugwerke Focke-Wulff, Junkers, Messerschmidt und Henschel eine Ausschreibung des Technischen Amtes des Reichsluftfahrtenministeriums übergeben. Darin wurde ein Schnellbomber mit drei Mann Besatzung vorgenommen. Die Maschinen sollten als Bewaffnung ein MG 15 erhalten und 700 bis 800 Kilogramm Bombenzulandung tragen können. Weitere Forderungen waren eine Startstrecke von 700 Metern, eine Landesstrecke von 400 Metern, Steigfähigkeiten von 7000 Metern in 25 Minuten, ein Kurzwellenfunkgerät, 1300 Kilometer Reichweite, eine Höhenbeatmungsanlage, eine Sprechfunkanlage, Spezialnavigationsausrüstung, eine UKW Landehilfe, Enteisungsanlage, eine elektronische Scheibenbeheizung und leichter Behälterschutz. Bei Junkers wurden gleich zwei Entwicklungen begonnen, die Ju85 und die Ju88. Von der Ju85, die eine gewisse Ähnlichkeit mit der Duo 17 aufwies, wurde jedoch nur ein Windkanalmodell und eine Attrappe gebaut. Der erste Prototyp der Ju88, die Ju88 V1, wurde ab Mai 1936 gebaut. Der Erstflug erfolgte am 21. Dezember 1936. Ende 1937 erweiterte das Reichsluftfahrtministerium seine Forderungen für den neuen Bomber. Sturzfähigkeit durch stärkere Zelle und Sturzluftbremsen wurden gefordert. Ebenso bewaffeln auch hinten, unten und durch die Liegewanne. Sichtkuppel im Bug und in Rumpfkub, wahlweise Umrüstung für größere Nusslast oder Reichweite und Platz für Viermannbesatzung. Vor allem Ernst Udet, der Generalluftfahrzeugmeister und für die Rüstung und Beschaffung der Luftwaffe zuständig, stand hinter diesen Forderungen. Ernst Udet war übrigens hinter den Roten Baron der erfolgreichste deutsche Jagdpfleger im Ersten Weltkrieg. Die erste nach diesen Forderungen gebaute Ju88 war die Ju88 V6, die ihren Ernst Erstflug bereits im Juni 1938 absolvierte. Sie entsprach bis auf die Vierblattluftschraube der Ju88 A1 Serie, die ich vorhin schon erwähnt habe. Die Bombenlast betrug 1000 Kilogramm. Diese sollte im Sturzflug abgeworfen werden. Darin sah Ernst Udet in Unkenntnis über die sich entwickelnde strategische Konzeption, die Fernbomber erforderte, eine Chance, die von Hitler geforderte Bombenflotte zahlenmäßig herzustellen. Unterstützt wurde er in seinen Bestrebungen, die Ju88 zum alleinigen Standardbombe der Luftwaffe zu machen, von dem damaligen Generaldirektor der Junkerswerke Heinrich Kopfenberg. Als Hermann Göring im Herbst 1938 den Großserienauftrag für die Ju88 vergab, bahnte sich bereits die Tragödie an, die zum völligen Versagen der strategischen Bomberoperation führen sollte. Zu jener Zeit befand sich die Ju88 noch im Entwicklungsstadium und statt der großen Bomberflotte konnte bis Ende 1939 nur 69 Maschinen ausgeliefert werden. Als dann die Großserie für die Ju88 schließlich anlief, erforderte die Kriegslage dringend strategische Fernbomber. Hey, ich hoffe, das Zusehen hat dir genauso Spaß gemacht bis jetzt wie mir das bauen. Dieses Set ist klasse. 18,88 Euro für die Junkers Ju88 von Sembo. Das Set 10,10,37 Euro. 559 Teile und richtig, richtig coole Teile. Ich habe vorher noch geschimpft über die Figuren, aber ich muss sagen, trotzdem Leute, wenn euch das egal ist, ihr kriegt für das Geld Figuren, die wirklich auf einem super Niveau sind. Schaut euch später die Fotos hier im Video an oder auf meinen Social Media Accounts oder auf meinem Blog, dann seht ihr die Figuren nochmal detailliert und es lohnt sich. Wir haben halt hier einen Kettenhund, einen Feldgendarmen, wir haben einen Splintertan, wir haben einen Piloten, wir haben einen Ritterkeulzträger und alles hinten, vorne, oben, links, rechts bedruckt. Klasse. Gut, die Klemmkraft habe ich euch gezeigt, aber die Drucke super. Ich würde mir das wünschen von auch anderen Herstellern. Ja, und das ist nur der Beifang, sage ich mal. Wir haben hier noch das Türmchen, wir haben hier die Waffen, die es dabei gibt, die üblichen Verdächtigen, ihr kennt das vielleicht, aber wir haben da alles. Das ist MG42, das Karabiner 98, wir haben das Gewehr 43 und, und, und. Also wirklich alles dabei, wenn du dir ein Diorama oder eine kleine Schlacht baust oder wie auch immer, Mock, Mod. Du kriegst hier für 10,88 Euro das alles. Für eine Minifigur bedruckt, die mal eine Lego-Figur war, zahlst du bei manch anderer Firma fast den Preis. Also wirklich. Und wir haben auch nicht über das Flugzeug geredet, denn das gefällt mir am meisten. Das hat mir so Spaß gemacht, dieses Flugzeug zu bauen, aus ganz normalen Klemmbarsteinen. So, ich zeige es mal hier im Fokus ein bisschen. Gut, hier vorne ein Manko, die Kanzel ist dann doch nicht mehr so klar hier oben drauf, wie die Wu-Kanzel. Aber es sind alles Teile, die man kennt. Alles, alles Teile, die, keine großartigen Formteile. Es gibt Play-Features, wie ich zeige es euch, dass man kann hier den Bombenschacht beladen und kann dann Bomben schmeißen. Gut, ich finde es ein bisschen verwerflich, jetzt Kinder da spielen zu lassen, aber gut, die Schneese sind da anders. Ich kann hier über Techniksteine, die, ja, ihr seht das, die Sturzkampfklappen steuern. Ich kann das Fahrwerk ein- und ausfahren und, ja klar, Propeller drehen sich auch und das sogar leicht. Und das Fahrwerk hält auch das, was es verspricht. Also wirklich ein tolles Set. Natürlich nicht ganz detailliert. Es passen nicht die Personen rein, die eigentlich rein sollten. Ich habe hier keine Abwehrbewaffnung. Ich habe hier zwar so zwei angedottete Kanonen wahrscheinlich, aber die sind ja historisch nicht korrekt. Trotzdem wollte ich dieses Set immer haben. Kobi hat es nicht und Sembo hat es geliefert und ich finde, sie haben es gut geliefert. Denn es hat mir wirklich Spaß gemacht zu bauen. Bleibe ich dabei. Die Fliesen sind verschmiert, klar. Aber dafür haben die Fliesen auch nicht so viele Kratzer, wie ich jetzt gedacht hätte, wie ich es sonst kenne von Schieneherstellern. Es hat kein Teil gefehlt. Gut, eine Hand ist mir abgebrochen, weil ich da vorhin bei der Figur das ein bisschen reingedrückt habe, aber es lag vielleicht auch an mir. Dieses Set hat wirklich Spaß gemacht. Quelle, wo ich es herbefinde, sind ja unten in der Videobeschreibung und Fotos von den Figuren und nochmal Detailfotos poste ich dann auf meinen Social Media Kanälen. Findet ihr in der Kanalbeschreibung und auch nochmal am Ende des Videos. Also nochmal, es hat Spaß gemacht. Ich bin nur ein bisschen baff. Also letzte Woche habe ich über meinen Apple Store geschimpft und diese Woche kann ich eigentlich nur mich beglückwünschen, dass ich diesen Kauf gemacht habe. Und ich hoffe, der eine oder andere kauft das vielleicht auch und hat dann auch Spaß mit seinem, was er auch immer daraus macht. Ob er es Teile spenden, ob er es so lässt oder nur die Figuren haben will. Ich kann dann denjenigen nur dazu gratulieren, wenn er sich dieses Set kauft. Punkt. Ja, das war mein kleines Fazit zur U88. Ich hoffe, auch meine geschichtlichen Hintergründe haben euch wieder ein bisschen gefallen, denn dieses Gerät an sich ist ja auch sehr interessant. Wie gesagt, über 14.000 Mal gebaut in den verschiedensten Varianten und war überall zu finden. Ja, dann sind wir fertig. Ich hoffe, hat dir Spaß gemacht. Wäre schön, wenn du noch einen Daumen da lassen könntest, der nach oben zeigt. Schreib mir ein bisschen was in den Kommentaren. Was hältst du davon? Ich versuche jetzt immer so ein bisschen Kriegstechnik und normale Liga oder was auch immer abzuwechseln, damit es nicht immer zu sehr in die militärische Geschichte reinkommt. Aber ich habe halt damit die meiste Expertise. Aber ich versuche trotzdem halt, das immer abzuwechseln. Ja, weil es ist ja auch nicht für jeden was. So kann ich auch verstehen. Punkt. So. Also, lass einen Daumen da, habe ich schon gesagt. Schreib mir einen Kommentar, dann können wir ein bisschen diskutieren. Schau auch unten in den Videobeschreibungen. Da findest du so viele Links zu anderen tollen YouTubern, zu Discord-Channels, zu Foren, zu der WhatsApp-Gruppe von Olli. Den kennt ihr bestimmt auch. Schön, wenn ihr auch da reinschaut. Also, gibt hier bei mir immer was zu entdecken. So, Eigenlob stinkt. Deswegen höre ich jetzt auf. Ich wünsche dir einen schönen Abend, Tag oder Nacht. Lasst es euch gut gehen. Schau meine Videos. Bis bald. Auf Wiederbauen. Dein Glockstar. Zuschauer. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020